Da sind wir wieder bei Half-Life-Souls. Wir wurden hier komischerweise letztes abgeschossen. Ich habe gerade gesehen in der Aufnahme, die wird gerade hochladen, dass da irgendwie ein Renderfehler ist, dass ich irgendwie hier stehe. Da ist die Tür noch zu. Allerdings sind wir hier halt noch nicht durchgegangen und man hört zwar den Ton, aber Standbild, bis der Part vorbei ist. Auf jeden Fall wurden wir genauso letzten Part angeschossen. Okay. Allerdings wusste ich nicht von wo. Extreme Heat during Launch. Achso, extreme Hitze. Oh! Ich habe einen HP! Hä? Okay, da kamen wir her. Können wir also jetzt hier längs, oder wie? Das sieht richtig aus. Allerdings, ähm, kann man sich nie sicher genug sein. Ich würde sagen, ein bisschen Leben. Neues C4. Was, äh... Achso, das sind Minen. Äh, Shotgun und so habe ich, äh... Und das hier ist ein Zug, ein... Ein stärkerer anscheinend. Okay, gut, dann fangen wir mit dem Zug... Mit einem anderen Zug, einem besseren Zug diesmal weiter. Festnahme. Fast still! Langsamer! Äh, 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 äh... Äh, äh... Woran kriege ich Schaden? Warte, warte. Wir springen nochmal raus. Achso, hoppla. Okay, gut, ich weiß es wieder. Möchte aber trotzdem aussteigen. Puh, die machen uns aber wenig Schaden gerade. Okay, das war's. Äh, da wäre der Tod gewesen, oder? Nicht unbedingt. Geht die Tür denn hier auf? Ja. Die führt uns runter, okay. Lieber ins Wasser springen, als in... Als auf diesen Kasten zu laden. Äh, landen. Nicht laden. Oh, scheiße. Wir werden... Äh, hoch! Gut, okay, von... Da kommen wir. Die Musik ist cool. Endlich mal Musik in diesem Spiel. Äh, hier ist... Nichts weiter. Boah, den Sprung habe ich nicht geschafft. Okay, warte, warte. Äh, ich habe gerade Angst wegen der Luft. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Shit. Nein, ich kann mich hier... Ach, ich kann schwimmen. Ich kann ja auftauchen. Ich hasse diese Unterwasser-Rätsel. Aber hier scheint es... Mir scheint... Doch nicht viel richtig zu sein. Jetzt ist es... Stell... So. Was ist das jetzt hier gewesen? Ein Scheiß ist hier gewesen. Also nichts. Ich habe da irgendwo Schaden bekommen. Okay, von hier komme ich. Wo muss ich denn hin? Ich, äh... Ich hasse diese... Diese Gebiete... Der hat jetzt an ihn geknabbert. Ist es jetzt ein Zombie oder ein Mutant? Immer ein Leben. Haben wir schon mal eins unserer Bedürfnisse aufgefüllt. Jetzt auf 15 Prozent. Ich gehe mal davon aus, hier kann ich nichts tun. Ich muss also im Wasser weiter. Hier ist auch keine Leiter oder so. Von da oben komme ich. Das heißt, ich muss hier runter. Aber ich kann ja jetzt hier hin. Auf die andere Seite der Macht. Entschuldigung, da bin ich zurück. Da rufen die hier an. So ein Scheiß-Stress. Wenn man dabei aufnimmt und dann... Ja. Äh, was suche ich hier? Ich bin hier reingesprungen. Okay, und deswegen wollte ich wissen, was hier ist. Äh, nur ein... Nur ein einziger Durchgang. Okay, gut. Dann werden wir da auch durch jetzt. Sieht richtig aus. Gut, dann haben wir das. Ich hasse Wasserabschnitte. Äh, eine Tür. Eine Tür. Mach auf. Wie... Soll ich hier überleben? Da oben ist... Frei. Die Tür ist eine Falle. Ich komm... Oh... Wieso schwimmt er denn jetzt nicht mehr schnell? Ja, hier Luft. Trink die Luft. So. Oh, so ein Scheiß-Lapir-Rind oder was ist das? Ich mag Wasser nicht. Äh, okay, da muss ich jetzt weiter. Und los. Luft. Mann, geschafft. Yay. 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 Was war das? Ich konnte es nicht sehen. Ich kann im Wasser nicht schießen. Lass mich hier raus. Wo ist der Fisch? Das ist ein Armbus drin. Ähm... Haben Sie es noch sehen? Ah, hi. Die behaupten zwar, dass sie es aus dem Challenger-Graben heraufgeholt haben, aber ich wette, dass dieses Ding bis vor einer Woche noch niemals in einem Gewässer auf der Erde herumgeschwommen ist. Im Hai-Käfig ist ein Betäubungsgewehr, aber ich weiß nicht, ob das bei dieser Spezies funktioniert. Sie dürfen es aber gerne ausprobieren. Äh... Okay. Wenn Sie mir sagen, wo das ist, dann gerne. Wenn ich jetzt so ein bisschen rüberkam, dass ich nicht wusste, was, äh... Wenn ich ein bisschen verwirrt gerade rüberkam, das liegt daran, weil... Mein Bruder mir gerade geantwortet hat. So. Wir haben die Armbus. Ist das jetzt das... Nein, natürlich nicht. Das belegt jetzt noch einen weiteren Slot. Wieso wusste ich das? Kann der jetzt... Kann das Ding unter Wasser schießen? Ähm... Ah ja. Anscheinend schon. Komm her. Ich hab nicht so viel Schuss. Hab ich's erlegt? Ja, ich hab's erlegt. Äh... Erlegt. So, vielen Dank fürs Hochziehen. Ja, schade. Konnte ich nicht sinnvoll ausnutzen. Achso, von da kommen wir, dann können wir jetzt hier weiter, ne? Richtig. Richtig. Mann, ich weiß doch nicht, wohin. Ich hasse es, wenn da ein Weg nach oben und ein nach unten ist. Und dann kommt auch noch ein Lader-Daten, was bedeutet, dass ich hier vielleicht richtig bin oder falsch. Wohl eher richtig. Größere Fleischwunden. Ja. Aber von dir komme ich. Ne, hä? Äh, es? Ne. Wo kommt das denn alles so... krank vor? Gut. Das waren, glaube ich, alle. Äh... Wieso bin ich... Wieso rede ich so komisch und... Oh nein. Der Timer. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte sein, bitte sein, bitte sein, danke, 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 danke. Heute ist wieder so ein Tag. Also heute ist ein Tag. Da werden Tage wahr. Was war das? Was? Ich bin zu gut für euch. Ich bin nicht mal ins Wasser reingefallen, nur danach bin ich ins Wasser reingefallen. Also ich bin zurückgelaufen und dann bin ich ins Wasser gefallen. Wieso tauchen die überhaupt mitten vor unserem Gesicht auf? Ist das nicht total... Unlogisch. Was ist das hier? Ich weiß nicht, wo lang. Das ist wieder dieser... Typ. Obwohl gewesen. Der mit dem Smoking. Da oben komme ich aber nicht hin, deswegen muss ich hier lang. Ähm. Ich weiß... Ich habe doch einfach nur E gedrückt. Oh. Ohne wenn es das Spiel bereitet mir gerade so ein bisschen... Weil ich nicht weiß, wo lang und was ich tun soll. Ah, okay. Gut, danke. Wenigstens das schon mal geklärt. Und das hier? Munition. Okay. Danke, dass ihr das mal klärt. Gut. Das heißt, ein kleines Jum-Rund. Wee. Ich will da zum... Eigentlich nicht, aber egal. Wee. Wee. Und... Zack. Warten, bis das aufgeht. Und im richtigen Moment springen. Und hier jetzt auch. Und... Du gehst sterben. Oh, wir haben so wenig Leben verloren. Also wirklich wenig. Neuer Rekord. Sieht so, als wäre da etwas unsichtbar. Da ist so ein komischer Schatten hier. Hm. Komisch, komisch. Da laden wir erstmal die Daten. Das AIM. Jonge. Ja, verstehe ich. Das sind wieder so ein paar Wissenschaftler, aber wir müssen uns erstmal aufladen. Schaffen wir es auf die 100? Ja. 100, 100 Leute. Gordon Freeman, das sind Sie doch, oder nicht? Ja. Das Wissenschaftler-Team hat Ihre Fortschritte über das Sicherheitssystem von Black Mesa verfolgt. Ach, wirklich? Das Vité aber leider auch. Dieser Anzug da ist voll mit Überwachungsgeräten. Ach, wirklich? Es ist immer noch besser, als hier nackt herumzulaufen. Da drin ist es kalt und Sie müssen sich beeilen. Die Energie Ihres Anzugs könnte in wenigen Minuten verbraucht sein. Wenn Sie unbedingt in den Lambda-Komplex wollen, sollten Sie sich einen Weg durch die älteren Industrieanlagen suchen. Da hat das Sicherheitssystem ziemliche Löcher. Bei mir hat das jedenfalls bisher funktioniert. Okay. Durch die alten Industrien. Oh, war das richtig? Das sah so komisch aus. Ach, sie wollen mitkommen. Wie da habe ich das Gefühl, sie werden jeden Moment sterben. So, das Ding hat keinen Schuss mehr. Na, wo ist denn der Professor auch da? Wieso? Wacke ich so? Ach, meine Energie. Ich muss mich beeilen. Sie können doch sicherlich Treppen steigen. Und auch nicht. Weil das Spiel schon wahrscheinlich vorgesehen hat, dass sie früher sterben. Okay, das sieht's. Okay, die sind verschiebbar nur. Und wir laden die Daten und ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer... ...ser Raxlamann. Fuck. Wartet. Jetzt können wir das Schluss machen. Tschüss. Tschüss.